Wir kommen zurück bei... Achso, ich bin überhaupt gar nicht mehr im Spiel. Nein, auch nicht. Wir kommen bei... Dickfeil. Ich tu's ja los. Erik? Ja. Alter, wie kann man denn so viel Pech haben? Einfach, das ist unglaublich. Oh mein Gott. Oh! Was? Was? Voll, voll unspektakulär. Ach, der lebt doch... Curry ist doch schon tot. Ja, ich bin tot, ich bin eine Leiche. Hast du... Du willst was mit Leichen anfangen, oder was? Ja, ich hab grad schon. Bin schon fertig. Han, machst du Sport? Ja! Ja! Komm! Und jetzt? Also, ne Stickfight-Animation wär auch mega bescheuert, man. Ja, die dauern natürlich immer voll lange, ne? Ja, die dauern mega lange, Alter. Das ist so viel Arbeit. Das sieht immer so episch aus. Das ist doch viel Arbeit, ich... Tobi lebt doch! Tobi lebt nicht mehr! Glaub ich! Ich weiß nicht! Boah! Wie? Was? Wie? Warum? Ich gewinne keine Prügeleien, das kann doch nicht sein. Laserschwert! Ich hab voll oft gewonnen. Ne, aber Prügeleien gewinn ich irgendwie nie. Ich bin grad spontan zerschmolzen. Ah! Ja, nice! Was? Oh mein Gott, er ist ein Jedi! Er ist ein Jedi! Was macht Tobi da unten? Äh, Tobi, was machst du? Guck mal, ich bin nicht Jedi! Oh! Oh! Tobi, was war das denn gerade? Alter! Ey! Boah, wo bin ich denn geflogen, Alter? Ich nehm' doch! Tobi, was soll das? Der kommt hier runter! Der kommt hier runter! Das scheint mich gezielt! Boah! Alter Tobi, du bist so am schiefen, Mann! Ich weiß jetzt, wo man schießt, ich kann! Es gibt keine Feindschaft mehr! Ah! Nein! Boah, Hilfe! Komm her! Ich gewinne niemals! Ich krieg die... Airhorn.waffe, was? Warum ist das... Ich krieg keine Frostkämpfe hin! Warum ist das fast gerade explodiert? Oh, ähm, äh, Hilfe! Hilfe! Ähm, 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 ähm! Ich bin tot! Ähm! Äh, Tobi! Ähm! Was? Ah! Ah! Alter, was? Das gibt's doch nicht, Alter! Das ist unfassbar! Wie krass! Wie krass! Los die Scheiße! Geh mal raus! Oh Gott! Ähm, ähm, Tobi, äh, Pan! Tschüss! Oh Gott! Oh Gott! Weg! Tobi, pass auf! Nein! Geh weg! Ja! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich verarsch, Tobi! Alter, was ist mit Tobi? Alter, ernsthaft? Tobi saß einfach wieder rum, Mann, das gibt's nicht. 100% hat der Tobi wieder gedobt. Boah, da bin ich schon weg, ey, krass. Ein kleiner Kopf ist noch da. Bum, bum, bum. Bist du tot? Nee, ich chill hier. Tobi chillt auch. Oh, oh, oh. Was macht denn Tobi da hinten? Tobi, wollen wir das heute auch zu Ende bringen? Tobi macht Breakdance. Ah ja, ah, 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 ah. Tobi ist jetzt ne Armee. Ah ja. Flup. Tobi, warte mal. Tobi, warte mal. Ja, voll. Gute Nacht, Tobi, immer. Gibt's ja gar nicht. Oh Gott. Alter. Alter, der klappt mal ne Taktik. Pratze, ey, das gibt's doch nicht. Nein, nein. Ähm, Tobi, warte mal. Ah, ah, Hilfe! Die Schlangen, die Schlangen fressen mich auf. Alter. Alter, ich steh nicht. Get on my power level. Oh Gott. Ah nein, bitte nicht. Oh Alter, das ist doch unfassbar. Unfassbar, dieser Typ, man. Der ist doch kein Mensch. Das ist mir auch schon aufgefallen. Was ist denn der Ehrling? Mann! Mist. Mann! Scheiße! Irgendwie macht jeder diesen Trick, aber der Tobi durchschaut ihn jedes Mal. Oh, das Tobi's Trick ist. Ja! Yeah! Ciao! Curry tanzt. Weiß, ich tanzt doch nicht. Ähm, wie tanzt du gerade? Curry klingt da voll mit Bammelt mit seinem Beinchen. Alter! Drückiger! Was?! Du Dreck erholen! Du bist nur am Campen, Mann! Lär mich auf hier! Erich, warte mal! Tobi, ey! Das gibt's doch nicht! Hey, der Tobi! Was ist mit dem? Der Tobi schon mal gerade da! Ich komm hier nicht raus! Ich komm hier nicht raus! Ja Tobi, dann mach mal, ne? Oh Tobi, was ist jetzt, ne? Alter! Tobi, später! Verarscht! Ey, ey, nee, sorry! Sorry, aber nee, sorry, Tobi! Oh, Lava, Lava, Lava! Was ist das denn? Oh mein Gott! Ähm... Tobi, warum?! Nein, 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 nein! Nein! Steigt die Lava? Ey! Puh, 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 puh! Alter, wie er sich vers... Wie paar haben sich versteckt denn in dem Busch? Was ist das für ne Drecksau? Eee, ich war schon mal eine ganze Tricksau! Alter, alle haben sich versteckt! Gerade immer noch alle vor, aber es ist alle wieder da! Alter, was geht jetzt da ab? Oh mein Gott! Unfassbar! Alle verstecken sich einfach nur! Puffelschweine! Ähm... Ja! Ah! Nicht? Alter! Aber was für geile Level! Die gab's vorher noch nicht, ne? Voll nice! Jawoll! Der Curry wieder! Natürlich der Curry wieder! Ich komme, ich komme, ich komme! Das sieht doch warm! Ähm, warum mach ich jetzt hier? Scheiße! Wie komme ich jetzt hier raus? Sorry! Au! Boah! Nein! Nein! Ähm... Ich komme hier nicht mehr raus! Aber du hast doch Spaß mit der Schlange, oder? Nee... Ähm... Ich komme hier nicht mehr raus! Ja? Die Schlangen folgen mir! Ja... Juhu! 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 Erik... Da sind Schlangen! Pass auf! Ähm... Hab ich mich grad selber getroffen? Erik... Ich würde die Schlangen nicht abschießen! Das ist, glaub ich, ein Eigentor für mich! Schieß noch mehr Schlangen! Schieß noch mehr Schlangen! Ich glaube auch... Das Problem ist, die Fliegenden Schlangen kommen die dann zu dir auch? Nee... Ich glaube nicht, dass die da unten reinkommen... Erik, lass' es! Lass' es! Lass' es! Da sind die Schlangen! Nein! Boah! Geil, Mann! Und jetzt? Ich komme nicht mehr raus für eine Hilfe! Curry muss einfach nur links in die Lava laufen! Nein, ich bin tot! Dann bist du nicht! Ähm... Ich komme immer noch nicht drauf! Schieß doch eine Schlange rein! Ja, warte mal, das würde ich gerne machen, aber ich kann die Waffe nicht kontrollieren! Komm her! Nein! Ja, es ging nicht anders! Das hätte man hier ewig rumgehampelt! Aber mit dem Rechnungsdick kannst du die zielen, ne? Ja, wusste ich gerade eben, hab ich gerade eben erst rausgefunden! Oh mein Gott, äh, die bin ich dann... Das ist Erik! Alter, fuck, Mann! Ey, die Lava-Level sind cool! Was ist das denn hier? Curry, ich hab dir geholfen! Alter! Alter! Boah! Erik holt die Hoden raus, ey! Alter! Alter, Tobi! Die Waffe ist einfach zweimal so groß wie der Erik! Was machst du da, Tobi? Was passiert da? Ich hab keine Ahnung! Das kann doch nicht sein! Boah! Was? Oh, diese fucking Schlangen, Alter! Ja! Alter, wie krass! Ähm... Wie kommt man da oben rein? Gar nicht, ne? Äh... Halt auf! Boah! Halt auf! Dobi, du Bastard! Curry! Ich geh nicht! Sag mal, ich glaub, du spinnst ja wohl hier! Ich bin tot! Fahnen! Duck, duuck, 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 duuck! War... Häh! Alter! Der wurde einfach aufgefressen, ey. Alter! Ähm. Das ist unfair. Erik. Tag. Toll. Ähm. Curry, was soll das? Hau ab, Junge. Hör, 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 hör. Nein. Oh, komm, die Schlange her! Was soll denn die Scheiße? Was? Er hat sie es einfach lassen. Wo bin ich denn hier geflogen? Hey, Panos, los. Ich bin weg. Hui. Neb ich noch? Der Tobi steht da wieder schön, weißt du? Was passiert denn mit mir? Alter! Was passiert denn mit mir? Alter. Es ist wirklich ein komischer Waffe, ey. Ähm. Okay. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh Gott, da kommt Lava hoch. Mein Gott. Nein, 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 nein! 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 Wie kann denn das? Das ist doch wohl nicht wahr! Oh Gott! So ein Lack, Mann! Ja, Mann! Hilfe! Alter, was? Wer schießt denn diese fucking Schlangen? Warte mal! Boah! Alter, was ist das denn? Oh, der Baum ist cool! Das ist keine Plattform! Ähm, schnell rüber, schnell rüber, krass! Hä, was ist das? Ja, cool, dass man es vorher wusste! Ohohohohoho, Alter! Halloween, geil! Oh cool! Es wechselt manchmal die Seiten irgendwie Oh mein Gott! Was kommt da? Oh mein Gott! Das ist der Boss-Fight! Das ist der Boss-Fight! Oh, oh! Juhu! Oh Gott! Mach mich tot! Tötebächt! Ach, Karri, ist der Boss-Fight? Wieso weiß der? Ja! Komm her! Ich bin tot! Ja! Kommt her und tankt mich! Ich bin der Boss-Fight! Boah, voll übertrieben, weißt du? Voll nicht übertrieben! Hey! Boah, wo man die Augen... Du musst doch die Augen nicht überall haben! Nein! Hackel, sind wir dann hier! Mach ihn alle! Hey, komm her! Ich hab' noch Halloween, hör mal! Hör mal! Ich fliege! Ich fliege! Ey, 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 ey! Ja, Hasu, schaffst es! Nein, 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 nein! Oh! Alter, was, 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 was? Ja! Ja! Alter! Geil, Alter! Nice, Mann! Oh nein! Ich traube zu nichts, aber das hat funktioniert! Hä? Warte! Tobi! On guard! On guard! On guard! Oh Gott! Ich, hä? Also... Komm her! Äh, Erik? Ja? Können wir alles reden, ja? Äh, Erik? Erik? Bitte! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ähm, tschüss! Stickfalt-East! Boah! Das musst du doch irgendwann mal geben! Boah, ich kann mit so einem Stick aber nie! Boah! Yeah! Alter! Ähm... Äh! Boah! Boah, was, sind wir beide weg? Ich bin tot, ja! Nein, was, wieso bin ich runtergefallen? Oder noch seine Pose, weißt du? Alter! Oh Gott! Sind das für Waffen? Äh, für Maps? Ähm... Ist das schon wieder? Ähm... Ist das schon wieder irgendein Boss? Oh mein Gott! Erik ist der Boss! Oh nein! Oh Gott! Boah, jetzt, jetzt, jetzt! Oh, da wollte er bestimmt schon immer mal sein! Boss-Gegner! Alter! Boah, Alter, was ist das denn? Mach ihn fertig, Leute! Ich kann nicht mal schießen! Warum nicht?! No! Was?! Warum?! Oh mein Gott! Nein! Ohohoho! Alter! Nicht mein Ernst! Alter! Oh mein Gott! Was passiert hier grade? Holy shit, ey. Warum nicht? Hä? Ich seh mich nicht. Ich komm doch nicht raus. Alter, das gibt's doch nicht. Komm her, du. Du Sau. Nein, ich hab keine Waffe mehr. Fuck. Das ist voll geil. Ich klemm' ja dauernd fest. Oh Gott. Ääää! Der Ball evtl. Boah! Oh kass... Es war voll geil. Das macht voll Spaß. Freckiger Wichser. Aber ein bisschen die Geschwindigkeit raus, ne? Auch wenn's... Hä, Tobi? Ach, der Tobi versteckt sich noch wieder. Lol, das gibt's doch nicht. Mann, Pan, ey, du hast dich auch versteckt, der Pan versteckt sich die ganze Zeit. Ähm, willst du mich verarscheln, Alter, willst du mich verarscheln? Du warst richtig badass. Und pass mal. Aber, ähm... Köring, was rum? Warum, warum? Ich find's nicht schlecht. Äh, wow. Ich bin mega versteckt, ich bin mega versteckt, du siehst mich nicht. Tobi ist im Busch, Tobi ist im Busch rechts. Alles klar, auf Tobi. Hä, ich sag auf Tobi, aber Pan, zieh auf mich, was ist da los? Du hasst mich einfach, du hasst mich. Das ist es nämlich, sie hasst mich. Das sind alle ihre unterdrückten Gelüste hier. Alter. 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 Oh nein, das wird ein Bossfight. Das wird ein Bossfight. Aber wer ist denn der Bossfight, der Boss von uns? Da oben, das Ding. Aber sind wir nicht, ist nicht einer von uns dann immer der Boss? Oh nein... Das ist schon wieder der Eric. Kira, ha, ha, ha! Ganz genau. Oh mein Gott! Alter! Jawoll! Jawoll! Wir haben ihn fast! Alter, Alter, Alter! Die Waffen sind aber nicht so gut! Die Waffen sind gut! Was jetzt? Was denn jetzt? Achso, einer muss doch gewinnen! Alle am eskalieren, ey! Guten Tag! Erik, Erik hat mich fest! Ich halte dich! Alter, wie er schlägt mich dafür aus, Dina, Alter! Weißt du? Ich hab dich voll gehalten, Dobi! Wie bei Dingens! Mount your friends! Tschüss! Schön, Alter! Was ist das denn? Oh, Goa! Ähm! Ähm! Oh! Ich hab mich grad selber gekillt! Ähm! Fahren! Ja! Waffe, please! Oh! Juhu! Ähm! Ah! Oh! Scheiße! Scheiße! Fahren! Ich dachte, ich wär tot! Was ist das denn? Oh, Disco! Was ist das denn? Oh, Disco! Was ist das denn? Oh, ja, cool! Oh, ein Boss fällt! Okay, ich geh weg! Ich geh weg! Ich will das nicht! Ich will der Boss sein! Nicht auf uns gegenseitig, ne? Nicht auf uns gegenseitig! Ich bin vorher gestorben! Oh! Curry nein! Curry! Ja, ich mach nichts! Was? Was machst du? Was versuchst du, Erik? Hä? Ich probier doch mit dem rechten Stick aus! Ja! Das geht aber nicht! Erik, schieß ihn an! Hör auf! Gehst du mal bitte von mir runter? Hä? Ich bin verwundet! Ich kann nicht! Nein! Oh, wir leben wieder alle! Ey, warum leben die wieder alle? Was ist das denn? Du hast uns Leben gegeben, Curry! Du hast uns gezeigt, was Leben ist! Alter, ich mach mich alle kaputt! Das ist voll geil mit den Waffen hier unten! Oh, Alter! Was? Okay! Was waren das für Dinge da unten? Das war voll geil! Ich hab den Game Store gerockt, Alter! Ja, Mann! Nein, du siehst mich nicht! Mann, Tobi versteckt sich schon wieder! Curry versteckt sich! Auf wen schießt ihr auf mich? Was? 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 Hau ab! Tschüss, Tobi! Ah! Ah! Ich hab auch eine! Tobi! Lass es! Boah! Alter! Du dreckiger! Du dreckiger, ey! Wenn der überall kämpft, ne, dann sieht man den nicht, aber der sieht alles! Kannst du nicht, Alter! Das ist doch nicht wahr! Hör auf dich zu verstecken! Versuch her! Ich hab mich noch nie versteckt! Ich will mich ein einziges Mal verstecken! Dann kommt die Alte wieder! Was ist hier los? Mach hier sauber! Oh! Oh! Hilfe! Hallo! Bist du da noch da? Nein! Ich hätte mich ja gerne einmal versteckt! Das mach ich nachher auch wieder! Ey! Was? Ja, raus da! Okay! Ah! Nein! Bist du tot? Alter Tobi, du bist mega unauffällig! Was heißt? Ja, raus! Was ist das! Du bescheuerte Tüfe! Du bescheuerte Tüfe! Tüfe! Tü-Tü-Tü-Tü! Sit down! Oh, nice! Warum bist du so doof? Was? Mein Tun! Was ist das denn los, Alter? Nein! Ich bin tot. Es ist unfassbar, unfassbar, was dieser Mann macht. Ich muss ihn töten! Hey, Curry, warum? Ich muss ihn töten! Oh nein! Wieso sterbe ich, wenn ich andere angreife? Das gibt's nicht! Ich sterbe, ich geh weg, cool! Hey, was war das denn? Ciao, Curry! Tschüss! Ja, das war nicht so gut! Ich lebe es! Das ist so unfassbar! Dieses Glückskind, Alter! Aber du hast auch Glück, ey! Es ist alles noch diese Genversuche in Kleve! Was? Ich war so in Kleve! Kann man einen schönen Horror-Fan rollig machen! Tobi! Fahrt! Ähm! Hilfe! Nein! Nein! Ich gewinne! Nein! Sie sagt auch noch Schüss, Köbel! Warte! Pahn, ey! Rastet aus! Pahn, rastet aus! Pahn, rastet aus! Pahn, rastet aus! Tobi, gewinnt! Pahn, rastet aus! Was soll das? Was ist das denn? Du Wichsfrosch! Alter! Pahn, pahn! Aus deinem Gesicht mach ich Weihnachtskekse! Boah, mein Daumen, ey! Ach, fick dich doch, Tobi, ey! Du kannst nicht machen! Ich spiel die ganze Zeit mit dem Penis! Äh, wir haben gleich... Ich will nicht der Buhmann sein! Alter, ist ja immer der Buhmann! Aber wir haben gleich 0 Uhr! Ja, wir sind hier glaub ich beim Folgen endlich gleich! Nein! Nein! Haaa! Das gibt's nicht! Das ist unfassbar! Ich bin tot! Nein, Erik, verpiss dich! Ich bin immer so undankbar! Einer muss... Lass meine leichte Ruhe! Oh! Wuuuuh! Finde ich unfair, finde ich unfair! Aber das war das eben nicht so! Das war das eben nicht so! Das war das eben nicht so spektakulär! Ey, was? Wie? Der Toil lebt natürlich noch, Mann! Der legt sich aber nur hin! Ja! Okay, tschüss! So! Alles klar, ciao! Tschöö! Warst du ernsthaft jetzt? Ne, weiß ich nicht! Okay! Genau! Schnauhe, schnauhe! Schnauhe! Mach den weitermachen! Mann, nimmst du noch auf? Äh! Ja! Äh! Soll ich jetzt Tschüss sagen? Äh! Eirik! Warte mal, stopp! Jetzt hättest du Tschüss sagen sollen! Okay! Ja, jetzt! Ciao! Hilfe! Tschüüss! Tschüss! Hallo Curry! Curry? Na? Okay, 360! Yeah! Tschüss! 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 Tschüss!